Nette Funke-Runden in Hessen findest du in Ahr, Bad Karnberg, Limburg auf dem Kanal 27. Die Westerwald-Runde trifft sich zum Funken auf USB 10. Darmstadt, Dieburg, Heiners Funkfreunde, liebe Grüße an euch, funken auf dem Kanal 35 und 36. Und in Kassel wird auf dem Kanal 33 gefunkt. Zwei Relais findest du auch in Hessen, das Relais Herzberg 4140 und das Relais Teg 4140. Im Rhein-Main-Gebiet im Taunus wird auf dem Kanal 5 gefunkt. Liebe Funker-Freunde treffen sich auch in der Rhön-Runde, jeden Samstagabend. Du bist herzlich dazu eingeladen. Gefunkt wird auf dem Kanal 22. Und in Vierenheim-Bergstraße wird auf dem Kanal 8 AM FM PMR 10 gefunkt. Viel Freude beim Funken und nette Bekanntschaften wünscht euch eure Arni. Jetzt können wir die Natur ein bisschenros GyGen wir. Tutaj kommen die durachen. Bist die Hand sie sichети. Bis zum Teil. Aus Main butter auf dem Film. Also speeds von honorablerency. Vielen Dank.